das was der Janis so geliebt hat, ist so richtig gut weil der, der da vorgekauft hat, hat irgendwas mit einer 0,4er-Kanäe Ja, läuft doch Ohhhh Ich auch nicht Ja, kannst du das gar nicht Ja, natürlich kann ich das Klar kann der das Ich muss Prestige 15 meine Statistiken zurücksetzen, aber das mach ich nicht, weil dann hab ich ja auch kein Prestige mehr Logischerweise, dann dürfen wir alles neu erarbeiten, oder hab ich keinen Bock Musst du dazu den Prestige 20 sein? Jan, musst du dazu den Prestige 20 sein? Nein, Prestige 15 reicht Okay, dafür den Prestige 20 Yo Will was da auch Okay, thank you Oh, number one trouble Oh, number one trouble Das ist ein Girl Das ist ein Weib Steht auch da ja,ken Ja, das ist ein Boom Das ist ein Show Das ist ein holl THEgard auch nur so war läuft für kundor Alter, ich hab den kaum sehen, dass ich den überhaupt nicht mehr vorbeigelaufen bin, wenn es schon raus und runter ist. Ne, ja, dann hältst du den Tegel hier raus, wo wir gepackt sind, wenn ich damit... Ja, ja, schon, aber ich hab den ja kaum bemerkt. Okay, hier ist es rausgegangen. Schaden! Ach man, Alter, Junge, wie schnell sind denn jetzt hier Runden? Weniger als 30 Sekunden pro Runde oder was? Was geht ab? Elf ist der Blick der Welt, Mann, durch die Mitteln. Das macht doch alles keiner mehr. Einer ist schon raus, da hat schon keine Lust mehr. Das ist nicht sehr schwer. Lomme erlaubt! Ja, der renkt mir wieder und geht durch. Ja. Ach, der ist tot. Oh. Oh. Der ist in der Mitte. Oh, leck mich doch an, Marsch. Alter, hat der mich jetzt erschreckt. Ah, 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 ah. Ja, wie gesagt, er stand ja hinter mir und hat die Schlüsse gebraucht, um mich zu treffen. Bei mir hat er nur einen gebraucht. No! Waaas? Ich weiß ja nicht, bei mir würde ich das nie mitmachen kosten. Waaas? Ich habe mich sogar danach nochmal anscheißen. Huuu. Es gibt ja immer solche Leute, ne? Ich denke, es war immer weh. Oh! Link, Link, Link! Du bist als Einziger übrig! 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 Du bist als einnig. Oh verdammt. Ich weiß nicht, was mit mir los ist, ne? Was ist los? Normalerweise ist das dickig, wenn uns mit dem Ende der Handel ist, aber Leute... Ja, wir haben gerade fast geschoben. Ne, das ist richtig. Doch dicker, das wäre mal ne Granate gewesen, die hätte auch noch getroffen. Hm. Die hätte nicht, die hat mich gerade voll richtig gemacht, Alter. Ja. Außerdem brauche ich auch noch ein Bild, damit ich dir... Guck mal, das wird mir gerade eh kommen. Aber wobei, ich bin so noch besser wie manche aus dem Gegner-Team. Ich weiß nicht, ob ich jemand speziell ist. Ähm, ja, nein, eigentlich nicht. Das hat keiner ausgesucht. Weißt du, wie beschriften es allgemein ist? Wobei, eigentlich, wenn ich da oben einen Knatter wisch, sieht es eigentlich so schlecht aus. Ah, das meinst du? Hey, da wo ich rumgerannt bin, als wir 3-4-3 hatten. Und du bloß rumgerannt bist und die Mark eingeht. Ja, weil du mir alles geklaut hast. Wie geklaut? Ich hatte keinen Assisten. Du hast mir alles geklaut. Hi. Hallo. Hallo. Was geht? Ich war erst, das war Spaß. Schnapper, please. Schnippe. Schnapper, 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 schnapper. Halt die Fresse. Halt die Fresse. Halt die Fresse, dass du mit den M4-7 durch die Gegend rennst, das war ich dir jetzt. Der Klingler im Händler, du bist schnappst, doch. Falt die Fresse! Halt die Fresse! Halt die Fresse. Also, dann snipe wir halt. Wart, snipen? Ja, trotzdem, du kannst du sogar hier mit M4-7 gespielen. Snipen kann ich nicht, ich bin nicht zu blöd für. A gesichert. Ja wie gesagt, ihr ehrt wieder eine andere Waffe in der Ansatz. Wir müssen uns den auch holen. Ich hab ihn doch erwischt man, wieso verreckt der nicht? Nein! Ich geb euch was. Nicht? Ja gut, dann sagt mir er, dass ich C holen soll. Dann hol ich C. Booyah! Ich hab das C4 gemessert und hab mich selbst gekillt. Ja Alter, der ist wieder da komisch. Ey, das läst grad nicht ganz schön rum. Boah, der ging. Scheiße. Das bleibt bei... Also wenn du nicht so weitergehst, wirst du nicht gehen. Also in der letzten Minute, falls der nicht noch unentschieden ist, dann machen wir B. Jetzt brauchen wir definitiv C. Jetzt spawnen die eh bei A. Äh, bei B. 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 Die Akkette ist stattbereit. Wir sind jetzt raus. C, hab ich. Okay, ich war bei C, aber... Ja, ich war bei C. Hab ich. Scheiße, ich mach noch ein Kill. Sehr schön. Ja, Alter. Seit wann ist die P90? Kletter! Ich hab keine Munition, ich brauch nur neue Waffe. Fuck. Da liegen genug in der Mitte drungen. E36, AMG7, alles was wird. Ja, ja. Hol ich mir eine. Scheiße. Egal, AH6 raus. Ich hab auf jeden Fall auch wieder neue Muniz. Der AH6 Überwachung im Anflug. Ja. Oh, nein, ey. So kann man das spielen. Das ist echt schrecklich. Echt cool. C. Scheiße. C gefichert. Sauber. Nein, das ist voll am rausfassen. Ah, hinter mir. Ich mach doch gar nichts. Ich mach doch gar nichts. Ich bin nur durchgelaufen. Hör auf mich anzumatzen. Hinten. Wer läuft denn das aus? 1 2 2 3 4 3 4 4 1 5 4 5 1 Ok Leute, jetzt können wir es fast nicht mehr verlassen. Nein, hat er mich schon wohl besser gekillt. Ah, ich bin letzter Killed. Scheiße. Fuck. 6-6-3-1-2. Hallo? Was war deine Frage? Nein, ich bin deutsch. Hast du was gegen Deutsche? Ja, scheiß Deutschland. Scheiß Deutschland. Hedge, willkommen in der Aufnahme bei U2. Was ist mit dir? Was? Ich weiß nicht was von dem Hörer. Ich verstehe gar nichts. Entweder hat er sein Headset im Mund oder keine Ahnung. Wahrscheinlich im Magen oder so falsche Hörer. Ja, der ist sein Headset. Er hat die Lunge, das ist besser. Also, wenn du mir was sagen willst, dann musst du lauter reden, weil sonst verstehe ich dich nicht. Ach, du bist Gillette Abdi. Ach, du bist Gillette Abdi. Ey, geil. Wir spielen mit einem Star des Gillette Abdi. Kennt ihr nicht? Ist ja der Hammer. Was? Scheiße. Also, wie gesagt, herzlich willkommen auf YouTube. Spar-Spartaner Mike. Jetzt sagt er nichts mehr. Ja. Ja. Perfekt. Ich muss erst an den Hammer fragen, ob er auf YouTube kommt. Ja. Ja. Mama, da habe ich noch einen PC. Ich muss mal auf YouTube. Und du auf YouTube? Ich bin nicht. Ich hole lieber fest. Ich glaube, der hat sein Headset einfach neben dem Fernseher liegen. Was? Also, ich verstehe kein Wort von dem, ey. Nimm, 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 nimm. Ja, entweder ist da sein Headset immer noch am Essen oder gerade dabei. Oh mein Gott. Hallo, John. Du weißt schon, dass das Headset vor dem Mund gehört und nicht in den Rhein. Vielleicht hat das ja Hinterkopf. Das sieht bestimmt auch lustig aus. Ja, Leute. Ja, Leute. Vor so Leuten wird man halt auch nicht verschont. Und... Und... Boah, der wird man glaube ich besser verstehen. Ne, pass auf, der hat das fällige Ende, also den Lautsprecher wahrscheinlich am Mund und der hältst nicht am Kopf oder so. Und er jedes Mal, wenn wir laut schreien, dröhnt ihm das so richtig in die Ohren rein. Und das dröhnt ihm in den Mund, wenn ich mir das rein. Läuft bei dir, Dinger. Fett bist du geworden. Digger, weg, 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 weg. Nein, von hinten. Aufklärungsdrohne einsatzbereit. Unsere Aufklärungsdrohne ist online. Sauber, Jungs. Komm, die rocken wir. Machen wir einen Pick. Unsere Aufklärungsdrohne ist online. Guck mal rein. Boah, klar, den hab ich woanders hingeklaut. Das... Nein, Alter, wie hat er denn das Ding geschafft? Hauptlich. Au, au, au. Au! Welche Vorräte waren das? Du Homo! Ich wurde von deinen Vorräten zermatscht. Oh, von wo kommst du denn? Ciao, den. Und bildet der Predator-Drohne im Anflug. Ja, versteckt euch doch, ihr Rassen, Alter. Die kostenliche Beschützende sterben, Mann. Ich dachte, ich hab hier Leute. Wo sind die denn? Das Thema war bloß, dass die Fiff so weit freundlich, wenn es da von außen nicht sein konnte. Der Fiff ist nicht möglich, der Fiff. Der Fiff ist nicht möglich, der Fiff. Au! Was ist das? Nein. Ach, diga, ich hab das doch für... Ach... Ach... Nein, der Tissiebem. Uuuuh... Voll verhauen die nicht. Ich bleibe mich allgemein, warum es in diesem Spiel so viel gewachsen could. die die ich vielleicht wo alle nur ak da, Alter. Ich sehe nur seinen verfechten Kopf, ne? Und wie kann ich da wieder schon daneben schießen? Oder halt, er darf nur anklicken, wenn ich nur seinen Kopf sehe. Was kann ich denn dafür, dass meine Mutter oder Inge-Geschwister-Kick mehr liegt als dich? Ey, hör auf! Sonst muss ich das rausnehmen! Oh, der hat mich echt geholt. Stimmt, ACR. Okay. Nein! Nein! Und? Und? Dann holen die doch auch! Ich werde angeschossen. Aaaaahhhhhh! Ich werde genau in der Kippe! Ich wette, die haben die Falle geschehen. Die haben die nachgebrochen aufgezogen. Ich wette. Ja, wo sie sein. Ok. Alles klar. Ja! Jetzt wird's ernst! Das war's mit der Führung! Geht's doch! Das war's mit der Führung! Und rüber! Waaah! SMG 9er Kimbo, alter legt mich an den Eier! Ja, der läuft nur noch mit dem Scheiß rum! Wir grillen das Magazin wie du, he? Wir sind in Führung! Unsere Aufklärungsdrohne ist online! Unsere Aufklärungsdrohne ist online! Ah ja, genau! Natürlich liegt der da auch noch Gämlik am Boden rum! Ich freue mich auf ihn! Oh man! Oh nein! Und die vier, jawoll! Die haben ja echt alle drückt! Alle Fünfte drauf, man! Ich hab's mir gefallen! Ich hab's mir gefallen! Ok, okay! Er hat auch nur ein LSW, alter! Füllte mich aber dreimal durch! Oh, FMG 9 hängt da die ganze Zeit in den Ecke. Willst du mich flachsen? Ah fuck! Junge Ich hab das gerade auf die Dinge geschaut, ob sie... auf die... der 50 Wer von uns eine negative HD hat Und wer ist das? Wir beide Ich bin doch mit einem Quillen positiv Jetzt nicht mehr Jetzt nicht mehr Der nächste Kampf gewinnen wir Ja, ich hab's mit Frankland versucht Aber ich mein, der ist halt einfach mit... Also... Ja, wenn's das wahre ist mit einer ACR und einer MPC Die ganze Zeit durch die Gegend zu gehen Hallo Hehe Halt aufs Halt aufs Was? Alter Hol das Headset aus den Mund, Junge Oder aus der Hose, eins von beiden Du hast gerade irgendwas zum Schinken, dass der... ich möchte nicht wissen was Er hat sich das Headset rektal eingeführt Ich will ganz viel gleich gehen Oder ohne Naja, der wahrscheinlich Wart Alter, und der andere Haha 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 Alter, was geht denn heute? Ab Haha Alles in der Aufnahme Haha Und ich bin wieder raus geflogen Ja, Fick dich Ah Ja Ja, Moment, ich muss erst mal wieder... Ja, Moment, ich muss erst mal wieder... Ich bin wieder raus...